servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute noch mal mit ein paar ja eher etwas traurigeren nachrichten denn john silvana akta ist gestorben wenn ihr euch jetzt fragt wer das ist keine sorge es geht euch da genauso wie mir auch ich hatte den namen silvana schon mal gehört aber nicht john s akta und letzten endes warum ich jetzt darüber berichte hat den grund weil wahrscheinlich die meisten von euch von uns addons drauf haben die john entwickelt hat denn er war ein open source entwickler hat einige addons für world of warcraft geschrieben und veröffentlicht darunter pratt das ist ein chat addon addon control panel das sehen wir hier kann man sich genauer seine addons einstellen oder den wo w instant messenger veröffentlicht wurde die traurige nachricht von dem week auras twitter account wo gesagt wurde es gibt schlechte nachrichten dass john ak silvana der autor viele addons gestorben ist und sie beenden den tweet mit einem rest in peace john und er wird vermisst und hier sehen wir mal ein bild von ihm wie gesagt mit dem eigentlichen namen und aus seinem bild konnte ich jetzt nichts anfangen mit seinen addons aber schon und dementsprechend dachte ich klar bevor jetzt wieder jemand um die ecke kommt und pöbelt und meine haus sterben so viele leute dann bitte einfach nicht kommentieren lasst einfach sein mir geht es in dem fall darum world of warcraft ist ein spiel was von seiner community lebt was ja vom miteinander zwischen den einzelnen spielern lebt und eben jener silvana war jemand der mit seinen addons sehr sehr viel für die community getan hat und viele haben bestimmt davon profitiert ohne dass sie es wussten und da hier schreibt zum beispiel davon dass seine addons fast 50 millionen mal auf curseforge runtergeladen wurden ich weiß zwar nicht in welchem zeitraum aber das ist halt eine menge und dementsprechend finde ich hat er sich verdient einfach noch mal danke für all seine arbeit für all die addons die er uns gebracht hat und auch von meiner seite in ruhe in frieden wie gesagt hintergründe sind nicht bekannt aber ich finde da muss man jetzt auch nicht näher weiter drauf rum bohren und in diesem sinne ist immer schade auch wenn man leute nicht kennt sowas zu hören sag ich mal es sind klare nachrichten die findet keiner gut aber ich denke er hat es verdient dass man seine arbeit noch mal lobend hervorhebt und in diesem sinne möchte ich das video auch beenden ich bedanke euch fürs zusehen wie gesagt seid bitte unter diesem video lieb in den kommentaren seid keine assholes und habt noch einen schönen abend bis dahin reingehauen